Wie gefährlich! Du sitzt da, du erwartest nichts Böses, möchtest etwas trinken, allenfalls die Aussicht geniessen und dann wirst du angegriffen und kommst dich fadergerade eine an den Kopf rüber. Hallo, ich bin Grossmeister Martin Seaver. Wir wissen, wie man so etwas lösen kann. Schau mal genau. Noch mal in langsam, um es ganz genau anzuschauen. Zuerst kommt es, so da, Beanging, Relaxed Power, da rein, Genitalbereich, Relaxed Power und dann, der Kopf kommt etwas näher, Relaxed Power. Relaxed, so lösen wir das. Wolltest du noch mehr über Relaxed Power erfahren? Du weisst auch wo. Ich hoffe es hat dir gefallen. Hier oben ist der Link für das E-Kung-Fu, hier unten ist der Button zum Abonnieren und natürlich die Glocke nicht vergessen.